Im Zuge der Ermittlungen zu einem vereitelten, mutmaßlichen Terroranschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien Anfang August zeigen sich beim Hauptverdächtigen zunehmend psychische Auffälligkeiten. Die Jugendgerichtshilfe empfiehlt eine ausführliche psychiatrische Untersuchung des 19-Jährigen, um mögliche notwendige Interventionen einleiten zu können. Der Verdächtige, der als radikalisierter Anhänger des islamischen Staates gilt, weist mehrere Risikofaktoren auf. Der junge Mann, der keine geregelte Tagesstruktur hat und seine Lehre im Juli aufgrund psychischer Probleme abgebrochen hat, konsumiert neben Cannabis auch missbräuchlich das Medikament Lyrica. Dadurch leidet er unter Verfolgungswahn und hört Stimmen. Darum sucht er Hilfe, mit einer islamischen Heilung. Auf TikTok radikalisiert er sich zunehmend. In seiner Timeline sind allerdings auch Katzenvideos zu finden. Seit seiner Inhaftierung distanziert sich der Verdächtige vom IS und betont, nie Anschlagspläne verfolgt zu haben. Die bei ihm gefundenen Chemikalien seien Teil eines normalen Haushalts. Er begründet seine Aussagen bei der Festnahme mit einem Rauschzustand und Angst vor Polizeigewalt. Werner Tomeneck, der Verteidiger des 19-Jährigen, wird am Mittwoch ein Privatgutachten präsentieren, das die Anschlagsfähigkeit des Verdächtigen anzweifelt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass keine Kapazitäten für einen Sprengstoffanschlag vorhanden gewesen wären. Die Terrorpläne des jungen Mannes wären demnach von einer Umsetzung weit entfernt gewesen. Die Terrorpläne des jungen Mannes wären demnach von der Verteidiger des jungen Mannes. Die Terrorpläne des jungen Mannes wären demnach von der Verteidiger des jungen Mannes. Untertitelung des ZDF, 2020